Musik 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 Hallo Jungs und Jungs in Deutschland Ich bin hier in König-Werner aus dem Land Ich bin hier in der Spargen nach Abends ungefähr 80-90 Meilen östlich von Los Angeles und es ist erst im gewissen Gegend hier Ich war noch nie in Südspanien Meine Frau kommt aber her und sie ist hier sehr südkosisch aus Und weil ich die letzten Tage auf dem Weg in die Arbeit öfter gesehen habe zum Hier fahren unglaublich viele von diesen elends langen wieder zu und das heißt ich mache euch mal ein Zug-Video heute Bonus-Content Klapperschlangen Musik 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 Was man sich schwierig vorstellen kann ist wie lang die Güterzüge hier sind Da vorne ist die Lok gerade auf Höhe der Brücke und ganz da hinten am Horizont hört der Zug auf Musik 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 Ich bin jetzt hier seit ungefähr drei Minuten und hier ist der Zug zu Ende So viel von heute und hier aus Kalifornien bis nächstes Mal osmel Musik 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 Musik